Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa. Wir spielen Diablo 3 und machen eine Bounty in dem Level 5 Westmark. Da sind seine Leute, das heißt wir gucken jetzt mal wen haben wir denn da. Wir müssen suchen die verlorene Patrouille. Das klingt doch gut. Du hast nicht gereist, richtig? Bin ich nicht weg? Warum bin ich nicht weg? Jetzt bin ich weg. Ich habe nichts weiter gemacht. Er hat überlegt, der will reisen? Wo will er denn hin? Ach herrje, warum kann ich mich nicht bewegen? Also betrete eine Brauerei und rette Patrouillenführer. Ist das nicht schön? Das wollte ich schon immer machen. Oh, hier sind goldene verfügte Kisten. Ja, sehe ich. Wollen wir gleich erst auch, oder? Ja, hier ist noch so ein Lüller. Ach, ich hasse dich. Das ist nicht mein Lieblingslevel, das weiß ich. Hier sind Laser. Ey, geh drauf. Hier, nimm mal den Hammer du Bingo Bongo Popel Gesicht. Nee. Danke dir. Bitte. So, jetzt lass uns mal die goldene Truhe erst nehmen und dann die verfluchte. Ach so, die goldene. Das andere sah auch gold aus. So, der Rest ist irgendwie nix. Kann er nicht richtig aufsaugieren? Ein Rubin. Und was ist das? Machen wir das mal. Okay. Drei, zwei, eins. Neues Ereignis. Zwei Teile. Gibt's einen Zeitbonus? Alter. Okay, der war fix. Uppeliebums. Hast du die Schwierigkeit gedreht, oder so? Nein, es ist immer noch Qual 2. Ja, geil. Aber ich kann noch mal eben nachgucken. Ja, es ist Qual 2. Abenteuermodus. Äh. Wie ruhig ist das hier? Qual 2. Okay. Ich kann sagen, dass es bei mir eine andere Stufe ist. Geht aber nicht, ne? Welches Spiel war das denn? Wo wir verschiedene Geschwindigkeitsstufen spielen konnten? Das weiß ich nicht. Ähm. Ich glaube, bei Gears of War ging das mal, aber... Aufschlitzer. Das richtige Werkzeug für richtig... Äh, da gibt's übrigens ein anderes Tor rein. Da ist ein Zwerg. Ein Schatzzwerg. Schon weg. Jo. Wenn du den Laser gar nicht anmachen willst. Herausforderung. Alles, was glänzt. Ja, das ist witzig. Ähm. Ich komm mit dem Hämmern jetzt besser klar als vorher. Wieso? Also vorher, weil ich... Das ging gar nicht. Also... Ich kann aber nicht... Du musst doch mit dem Hämmern gar nichts machen, außer draufdrücken. Ja, ja, genau. Und warum bist du doch vorher nicht mit klar gekommen? Ähm. Konntest dich draufdrücken. Ha. Nein, aber die... Die haben nichts geschafft. Vielleicht deswegen. Und jetzt auf einmal schaffen sie was. Auf einmal schaffen sie was. Genau. Aha. Muss ich nicht verstehen, oder? Verstehe ich auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. So geil. Ich stehe hier hinten und mache die mit meinem Geistersperrfeuer fertig. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Wir sind einmal rum. Wir sind einmal rum. Ja, ich glaube auch. Wir müssen durch das Türchen. Da war ein Türchen. Hast du gesehen das Türchen? Ja, das Goldene hier, ne? Das Tür. Das ist auch nur so ein Haus der Schreine. Äh, Schreine. Aber wir müssen mal beziehungsweise hier irgendwie hin. Die dritte... Ne, die Brauerei. Das ist ganz woanders hier, ne? Ach, hier geht's weiter. Ja, stimmt. Ja, das ist ja fies. Oh Gott. Ähm, da waren Menschen. Hier geht's nicht weiter. Och. Kinders! Was quält ihr uns? Wollen wir mal auf die Karte gucken? Ah, da unten runter. Okay. Ich lauf noch vor. Du überholst mich jetzt sowieso wieder. Na, hab ich mir jetzt nicht so sicher, aber... Ohhhh. Guten Tag. Okay. Hammer, 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 hammer. Bläm, lieblylyl Hey, ich werde dann nicht konzentriert auf einen Gegner rumbolzen. Das ist halt scheiße, wenn ich meine. Heima? Krass gesagt, ähm, es reicht doch... Ja, das... Also mein Schild war ein bisschen lustiger, fand ich. Also der Schildstoß, der Schildstoß. Warum wird das jetzt nicht alles braun hier? Mach die Tür auf. Wir laufen um die Wette. Ey nicht, dass wir nachher irgendwie wieder zurück müssen oder so'n Scheiß. Das sieht irgendwie alles auch gleich aus. Ich wollte gerade sagen, so war nicht zweimal jetzt durch dasselbe durchgelaufen? Ich hänge irgendwie fest. Kacke. Ich hätte die. So, wo ist denn jetzt? Wo war's? Wir kommen irgendwie ein paar Leute an gerade so und schießen mich weg hier. Oh, hier ist auch ein Grieger. Guck mal. Guck mal, alles für euch. Warum gehen die alle auf dich? Hä? Warum schmeißt er mich zurück? Na komm, fall tot um. Ich helf dir mal ein bisschen. Du bist so nett. Ich wollte mich doch eigentlich umskillen. Ich trottel. Mano. Gibt mir Manna. Boink. Ah. Da ist ein Fall, 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 Fall. Äh, ja oben oder rechts? Äh, links. Alle Wege führen zum Ziel. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Nicht schon. Ich dachte auch, da kann sie sein. Ne. Das ist nicht. Ne. Sein Panda kommt angemackelt. Ja. Mö, 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 mö. Dann müssen wir wahrscheinlich viel hoch aus. Hallo Jungs. Lalalala. Lalalala. Aua. Was ist denn das denn du? Ist ja witzig. So. Wechseln sie. Sehr gut. Sehr gut. Unglaublich. Der Bestrafer. Aber ich krieg auch nicht richtig viel weg. Ah, halt gestern. Das ist halt keine Powerwaffe, diese Hämmer. Das ist also nur so ein ... in der Masse stehen und ... noch mehr. Das ist alles gleich wie mit den Bogenschützen hier, aber die schaffen hier auch nichts. So, warum hab ich eigentlich wieder so wenig Zorn? Hat irgendwas an den Zorn gedreht? Mö, merkwürdig. Lalalala. Hast du so ein ... ist dieses ... ist wieder so ein Schutzschild von dir da, oder was ist das? Das ist das Blaue, das sind von mir, nein. Also das ist um dich herum, ja, das ist immer so eine Segnung. Ah, okay. Vielleicht ist das falsch, als ich segne. Brauerei. Das ist die Brauerei. Wir sind da. Fast da. Was ist das denn, ein Kopfgeldjäger-Dingforms ist das, ne? Jo. Oh. Die Verlorene oder sowas. Da ist er doch. Ach. Das wollte ich diesmal hören. Scheiße. Äh, achso, da oben hoch. Mist. Puhuuu. Kann man auch schützen? Das Geile ist, ich segne ja auch deinen Panda und so weiter, ne? Aber das, also ... Was macht das denn, dieser Segen? Das ist das Spannende. Äh, ich hab's vergessen. Na toll. Da es das Herz ist, also ich denke, war irgendwas in Heilung. Du segnest uns und weißt nicht mehr, was das macht. Ich hab's vergessen. Der geht schnell runter, oder? Ja, ja. Oh, mein Helm war ja reingekloppt. Ja, meine Säure auch. Das war's. So, jetzt kommt er weg, ne? Halt. Nee, halt. Es blinkt noch irgendwie da, aber hier nicht. Ja, mal abgeben. Nein. Ja. Geht mit euren Männern zur Enklave der Überlebenden bei der Kathedrale. Katsching. Ich hab's noch nichts getan. Das sagst du. Du meinst, die ist vielleicht auch abgelaufen, die Milch? Ja. Die schlechte Milch. Was ist? Kommt ich mit? Was ist das? Was ist das? Ich hab zu viele Knöpfe gerade. Stell dich fest. Töte Milch Bar. Stell dich Milch Bar. Stell dich Milch Bar. Nee, nicht. Boah. Miche Boah. Miche Boah. Miche Boah. Miche Boah. Die Milch Bar. Ich sag's doch. Ich hab ein Pfeil. Ich hab ein Pfeil. Ich hab was Güldenes gefunden in der Flammen der Maid. Ist das nicht toll? Ich bin begeistert. Äh. Und sie stellt mich in Lava hier rein. Äh. Aber da sie... Äh. Da kann man da... Ist das die von mir? Aber da sie schön an einer Stelle stehen bleibt, ist sie perfekt. Nicht mehr. Weil sie haut auch mal auf mich. Was soll denn das? Komm ab. So mit toller Achtung. Ja, ja. Alles gut. Alles gut. Aber der Segnung bringt gar nicht Heilung. Das ist ja Quark. Das bringt Heilung. Wollt umbringen. Cool. Die müssen wir eigentlich hin. Sag mal. Wir laufen irgendwo, ne? Ich bin jemand daher. Ich bin sinnigerweise. Äh. Äh. Ja. Danke. Den Hinweis. Wo müssen wir hin? Tote Gegner im angesiedeten Ziel. 20 von 50. Wo sind wir vorbeigelaufen? Äh. Wo soll das denn gehen? Das ist schon hier? Ja. Äh. Wo ist die? Was ist das denn gerollt? So. Hier ist das angesiedete Ziel. Ja. Hier sind wir schon mal richtig. Ich habe keinen Zorn. Dann mach ich das. Da ist es gold. Hm. Und. Zieh mir auch dazu. Guck mal. Das ist kein Schaden mehr, ne? Sieh auch dazu. Guck mal. Ja. Da ist es nur noch denn. Naja, komm, die sind irgendwie luschig, ja, die schaffen nix. Pappenheimer? Die schaffe nix! Durch das Brennende... Oh, der hat ein bisschen mehr was, guck mal. Wiedergänger... Keine Ahnung. Wie viel werden denn das da? Ich muss mal kurz hier weg. Flammende Maid hast du heut für mich Zeit. Hey, ja, hey, ho! Sehen Sie hier? Ja, er ist gleich weg. Achtung, Bombe. Ähm, noch sechs. Sechs? Nein, danke. Jetzt nicht. Noch einmal ein bisschen Sex. Oh, kein Gedicht mehr. Warum warst du da... Warst du das? Nee, nee, nicht abhauen. Warum? Klar. Wir müssen hierbleiben. Na fast, wir sind doch da, ist alles gut. Nein, wir sind sechs. Gegner, die wir nicht... Glaub mir... Da sind gleich sechs Gegner, glaub mir das. Die würden nicht zum C, da... Dein Counter ist weg, siehst du? Okay. Hey. Zurück. Sag ich doch. Brauchst du uns hier lang gehen. Hey! 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 Wir sind mehr als sechs. Gib mir Zorn. Gib mir Zorn. Gib mir Zorn. Ist das doch irgendwo so? Na toll. Jetzt müssen wir ihn erstmal finden, den haben wir nämlich noch nicht. Da ist er irgendwo. die hinterhältig macht können auch nicht nur noch gleich tot oder kommt jetzt ein dicker okay der kann was der kann man ja wer ist das hier die mula keine ahnung was macht der neben mir eigentlich da gehen wir weg da so ich wollte es doch mal ein bisschen drauf auf die laser kommt das war fieses wie quatsch doch 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 dafür dass eigentlich meinen geisterschwerfeuer eigentlich tatsächlich mana verbaut ist ja keine kostenlosigkeit hast du aber genug man ja relativ das geht ganz gut ja also ab und an ist mal ein bisschen weniger und leer aber das ist mit der regeneration oder was macht er da der hüpft ich bin weg gehüpft worden ich bin verlangsamt ich bin wütend zorn aber jetzt guck mal wie schnell der runter geht da kann ja gar nichts der typ der kann ja gar nichts wo bist du kannst das anzeigen lassen will ich aber nicht was denn ganz unten da genau ja ok bewegen darf ich mich nicht darf ich übrigens nicht bewegen sonst kommt sie nicht mit ach was und cut ach das war schön das war schön hat der versunkenen hörst du mal auf das nervt so vielen dank für zuschauen das ist die abloh und da gibt es gleich schon wieder weiter bis zum nächsten mal und tschüss tschüss Ciao.